Musik Es ist wirklich eine riesige Vielzahl an Einreichungen, die wir in diesem Jahr wieder mal sehen dürfen. Ich bin äußerst begeistert. Ich kann insgesamt sagen, dass die Liebe zum Detail dieses Jahr mich ganz besonders begeistert. Wir haben auch über einiges länger diskutiert, was uns etwas aus dem Zeitplan gebracht hat. Aber ich glaube, das hat jede Arbeit verdient. Also es sind wirklich tolle Sachen dabei. Herausragend gibt es ein, zwei Beispiele in der Tat. Jetzt nicht die große Kampagne, die alles überstrahlt, aber es gibt hier und da dann doch die Perle, die es dazu entdecken wird. Auf jeden Fall. Allerdings fällt auf, dieses Jahr muss man sagen, dass wir im Bereich Dialog eine extrem starke Kategorie haben. Noch stärker als in den vergangenen Jahren. Das hat richtig Spaß gemacht, die Kategorie zu bewerten und da sind wirklich tolle Sachen dabei. Aus meinem Gefühl einige sehr gute. Tendenziell vom Ansatz her eigentlich sehr gute Arbeiten, wo man letztendlich dann auch die Kommunikation, die man damit bezweckt, auch erreicht. Diesen absoluten Leuchtturm, wow. Ja, vielleicht zwei, drei.